9.11. Wie eine ramponierte Skulptur zum Gedenkort wurde Die Ereignisse am 11. September 2001 haben sich tief ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingegraben. Unter den zahlreichen Erinnerungsstätten, die im Laufe der Jahre entstanden sind, sticht eine besondere Skulptur hervor, die nicht nur als Kunstwerk, sondern auch als Symbol für Verlust und Heilung fungiert. Es handelt sich um die große Säule, die ins Leben gerufen wurde, um die Schrecken des Attentats und die damit verbundenen menschlichen Tragödien zu verarbeiten. Die Skulptur wurde ursprünglich von dem Künstler Frederik Schwarz geschaffen und war als Monument für die Vorfälle von 9.11 konzipiert. Die Arbeit besteht aus einer angelaufenen Eisenstruktur, die in den Tagen nach dem Attentat direkt am Ground Zero aufgestellt wurde. Bald schon bemerkten Passanten und Überlebende die schmerzhafte Verbindung zwischen diesem Kunstwerk und den Verlusten, die sie erlebt hatten. So wurde die ramponierte Struktur schnell zum stillen Zeugen der kollektiven Trauer. Die Idee, die Skulptur als Gedenkort zu nutzen, kam von Bürgern und Überlebenden, die die emotionale Kraft des beschädigten Kunstwerks erlebten. Man kann sagen, dass sie es als einen physischen Ausdruck ihres Schmerzes und ihrer Hoffnung empfanden, dass wir die Vergangenheit nicht vergessen dürfen. Diese Widmung und der Zuspruch der Gemeinschaft führten dazu, dass die Skulptur schließlich offiziell als Gedenkstätte anerkannt wurde. Mit der Zeit entwickelte die große Säule ihre eigene Identität als Ort der Besinnung und des Gedenkens. Menschen aus aller Welt besuchen diesen Ort, um zu trauern, zu beten und um ihre Solidarität auszudrücken. Die Skulptur bietet Platz für persönliche Gespräche und Erinnerungen, von Blumen, die häufig niedergelegt werden, bis zu handgeschriebenen Notizen, die an den Zaun gehängt werden. Die Schaffung dieser Dynamik zeigt, wie Kunst nicht nur als Ausdruck, sondern auch als Katalysator für Gemeinschaftsgefühl fungieren kann. In den letzten Jahren wurde die Skulptur liebevoll restauriert und erhält regelmäßig Pflege. So symbolisiert sie nicht nur den Schmerz der Vergangenheit, sondern auch die Widerstandskraft der Gemeinschaft, die sich rund um die Erinnerung bildet. Dies wird besonders eindrücklich durch die Worte eines Zeitzeugen deutlich, der angab, dass er in der großen Säule eine Manifestation des unzerstörbaren menschlichen Geistes sieht. Die Bedeutung der großen Säule erstreckt sich weit über ihre physische Form hinaus. Sie ist nicht nur ein Gedenkort für die Opfer des 11. Septembers, sondern auch ein Mahnmal für Frieden und Zusammenhalt. Die Anlaufstelle hat sich als ein Ort etabliert, an dem Menschen zusammenkommen, um über die Verheerung von Hass zu sprechen und die Kraft der Gemeinschaft zu fördern. Immer mehr Initiativen, die sich mit Bildung und Erinnerung beschäftigen, nutzen die Skulptur, um junge Menschen über die Geschehnisse von 9-11 aufzuklären. Insgesamt hat die große Säule ihre Rolle als Kunstwerk und Gedenkort voll und ganz erfüllt. Sie bleibt ein wichtiges Symbol für die Stärke und den Zusammenhalt der Gesellschaft, die bereit ist, die Wunden der Vergangenheit zu heilen. Jedes Jahr wird bei Gedenkveranstaltungen und Feierlichkeiten erneut betont, wie wichtig es ist, die Erinnerung lebendig zu halten, um der Opfer willen, die an diesem tragischen Tag ihr Leben verloren haben. Autor Anita Farke, Mittwoch 11. September 2024